Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 11. Oktober 2021 und zum Wochenabschluss, Donnerstag, Freitag, blieb unser DAX deutlich unter den Erwartungen zurück. Er lag eher hier mit niedergelassenem Segel, einfach nur in der Bucht, genoss seinen Sonnenuntergang in den Wochenschluss hinein, ohne seine Zauberkiste rauszuholen, ohne dann irgendwelche Tricks an den Tag zu legen. Also das war relativ trägeruhig, fast schon entspannend, hatten aber gesagt, dass da eigentlich mehr gehen kann. Also meine Erwartungshaltung war ganz klar eine andere, dass er dort auch schön durchtreibt noch zum Wochenschluss. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie die neue Woche kommen wird. Ich glaube, das wird man schon relativ früh werken, das wird man schon 8 Uhr, 9 Uhr merken. Ob das jetzt eher auf so eine Bewegungsdynamik, wie jetzt am Donnerstag, Freitag hinauslaufen wird, oder ob der da durchknallt. Und zwar schon alleine, aber ob er aus der Vortageswege rausgeht. Das würde schon relativ viel helfen, wenn ihr einfach mal ein bisschen wieder von wegkommt. Wir hatten gestern drüber gesprochen, beziehungsweise für den Freitag drüber gesprochen, dass wir hier oben eine relativ offensichtliche Kante haben. Das heißt, wenn es dem DAX gelingt, wieder rauszutreiben und hier 2,70, 2,80 zu überwinden, dass das eine schöne Strecke wird. Wir suchen die 3,20, 3,50. Hatten gesagt, dass das für mich eigentlich oberseitig so eine attraktive Zone ist, weil ich glaube, dass der DAX da, oder geglaubt hatte, dass der DAX da eben einfach schön durchlaufen könnte. Die Skunch erst dann getriggert wird und er ist nicht drüber gekommen. Hat zwar von der 3,20 nach oben getrieben, aber halt einfach oben nichts durchgekriegt. Und dann hat man gesagt, wenn er ganz klar nach unten wegtreibt, das haben wir auch nicht wirklich gesehen, dass er sich wegstößt, dass er dann in das Gap reingehen kann. Und dadurch, dass er weder oben noch unten eine klare Ansage gebracht hat, hat sich natürlich auch keiner verantwortlich gefühlt, hier irgendwie mal einen Kauf- oder einen Verkaufsknapp zu drücken und so ist er einfach zur Seite liegen geblieben. Also für mich, finde ich, persönlich hat er eher unten angetriggert als oben. Schon alleine auch dadurch, dass kein Aufwärtsscape kam, dadurch, dass es immer wieder runtergedrückt wurde und wir von dem Bewegungsspielraum schon eher unten ausgetestet haben als oben. Da er einfach hier bloß ein Doppeltop bzw. fast sogar Dreifachtop entstanden ist. Im ganz, ganz kleinen Bild, das ist jetzt nicht weltbewegend. Aber Punkt, Fakt. So, das heißt, ich würde ihm schon Platz geben zum Montag auch noch auf der Unterseite ein bisschen zu probieren, wenigstens mal weiterzukommen. Dafür wäre hier der Bereich um 15.1.15, ganz interessant, 15.1.10 als quasi erste Unterstützung, von der er sich auch nochmal nach oben ziehen könnte und unten dann eben der Gap-Kluss auf die 15.69. Sollte er sich in dem Bereich hier wieder schön nach oben aufdrehen, schöne lange grüne Stundenkerzen machen, würde ich damit rechnen, dass er sich von hier dann auch hier hoch schwingen kann. Also durchaus auch rein bis in die 4, ja bis in die 3.80, 4.100, was ist das hier so 4.25, 4.30, sag mal 4.30. Also dreht er sich aus dem Bereich hier, Gap-Kluss oder 110 schön nach oben, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass er dort reingeht. Sollte er zum Montag auch hoch, also eigentlich, ja wie soll ich sagen, eigentlich hat er schon fast mehr Möglichkeiten auf der Oberseite. Er könnte zum Beispiel auch einfach das Dreifach-Top rausnehmen. Gelingt es ihm über die 2.70 rauszuarbeiten, wäre das auch weiterhin kürzlich, was wir beim Vater gesagt haben, dass er in die 3.20, 3.50 rein kann. Aber ich glaube, wenn er das so aus dem Stand probiert, könnte ich mir eher vorstellen, dass er wieder bloß zurückdrücken, weil der ging ja, der ging ja ein paar Mal richtig dynamisch hoch. Der ging zum C3-Start richtig dynamisch an und der ging zum OS-Start richtig dynamisch an. Beide Maler sehr kräftige, also im kleineren Timeframe sehr kräftige Kerzen, die nach oben geschoben wurden und dann wieder abverkauft wurden. Ja, das heißt, ich würde fast eher befürchten, wenn er aus dem Stand probiert, oben rauszukommen, dass er auch bloß wieder direkt hier am Hoch dann wegtreten. So, das wäre jetzt so meine Erwartungshaltung für die oberen Szenarien. Und unten muss ich ganz klar sagen, sollte er unter der 1.15 verschwinden, dann hätte ich halt unter der 1.80 hier verschwinden. Dann hätte ich die 1.15, 1.10 hier so im Blick, gehe die zu und der geht auch durch das Gap zu. Dann sehe ich unseren Freund eher hier unten ins Band klatschen. Also nochmal, unter die 200-Tag-Linie auch fallen, knapp runter unter die 1.15.000. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass er hier richtig rauskommt zum Montag. Das wäre wahrscheinlich dann eher was für ein Dienstag, wenn er so tief kommt. Aber das ist nicht so in dem Bereich. Um 14.965, 14.900 dann eine Stabilisierung reinholt, bis ein bisschen höher rausgeht, vielleicht dann so in dem Bereich, um dann zum Dienstag weiterzumachen. Das wäre für mich eine bärische Variante, an sich handhaben wir es wie immer. Es gibt keinen, der DAX muss unbedingt irgendwas machen. Ziel sollte es sein, zu schauen, früh zu gucken, okay, was von dem, was besprochen wurde, passt dann am besten auf das, was wir gerade sehen und dann halt mitgehen in der Erwartungshaltung. Das heißt, sehen wir den früh nach unten, dann kann man hier noch probieren, vielleicht ein paar Punkte Short mitzunehmen. Sollte in dem Bereich gegebenenfalls Teilverkäufe in Erwägung ziehen. Dreht er sich hier nach oben, kann man, wenn man auf Long warten möchte, sogar dort einen Long probieren. Eben dann unter den Tiefs absichern, zielen bis auf ein neues Hoch hier und bis eben so in den Bereich, vielleicht hier um die 4.30. Das halte ich für legitim. Hier drüber weiß ich nicht, ob ich am Montag einen Stopp-Buy machen würde, also ob ich mich jetzt prozüglich einstoppen würde für Long. Weiß nicht, bin mir jetzt nicht so sicher. Da bräuchte ich, glaube ich, ein schönes Aufwärts-Gap. Dann könnte ich mir das vorstellen, aber es ist ja jetzt nicht so unbedingt das, wo ich sage, das wäre jetzt für mich unbedingt doll attraktiv. Das wäre sowas, wo ich sagen würde, das gucke ich mir vielleicht einfach mal nur an, nicht so ganz so safe. Weil wir müssen ganz kurz sagen, ich mache mal das hier ein bisschen aus, dass wir wirklich nur auf die Kerze gucken. Wenn wir nämlich im Wochenschart nur auf die Kerze gucken, dann ist das halt auch ein ganz klarer Hammer. Und der steht schön, der steht hier fast im Doppelboden, der steht unter dem Tief, hat das verteidigt, steht hier unter ganz vielen Kerzenkörpern, die er per Kerzenschluss gehalten hat. Und ich sage mal, wenn der jetzt oberhalb von 2,75 rausarbeitet, das kann man sich für die ganze Woche eigentlich mitnehmen. Als kleine Notiz an seinem Bildschirm. Wenn wir den DAX über 2,75 rausnehmen, dann steigt wieder etwas die Wahrscheinlichkeit für Long-Position. Weil er einfach dann aus der Kerzenformation heraus schon einen gewissen Antrieb reinkriegt, der gut und gerne in die 15,65 bis 15, was ist das hier, 6,70 reingehen kann. Und da sprechen wir dann, wenn wir zurückgehen auf das untergeordnete Bild, halt wirklich auch hier oben, die Bereiche. Da kann er rein. Da kann er rein in dem Moment, wenn er über 15,275 rausarbeitet. Ich glaube, das wird zum Montag ein bisschen schwierig zu greifen. Höchstens, man nimmt dann einen schönen Rücklauf, nachdem er oben war. Das geht. Das ist einfach, also das würde ich noch eher nehmen wie einen prozykischen Trade. Mal als Beispiel, der DAX geht über 2,75 raus, läuft bis 3,20, kommt von 3,20 auf 2,75 zurück und dreht sich dann hier auf. Dann, das ist ein Rücklauf-Traden. Dann könnte ich mir eine Long-Position eher noch vorstellen, wie jetzt hier direkt früh gleich einen überbieten Handel zu wollen. Ja, aber das sind dann durchaus realistische Ziele hier. Der Bereich, wenn wir oben rausarbeiten, aus dem Wochenchart raus. Und wenn wir in den Tagesschart reingucken, sehen wir, glaube ich, das Bild nicht so ganz. Deswegen wollte ich euch gerne auch den Wochenchart dazu zeigen, weil da ist schon eher ein bisschen, wir haben weiterhin fallende Bänder. Die 200-Tage-Linie liegt jetzt hier im Bereich um, ja, knapp 15,70. Das deckt sich genau mit dem Gap, was da noch offen ist. Und mit der Tageskerze hier, das ist schon fast ein Inverted Hammer, ein ganz kleiner zwar nur, es ist auch nur eine Inside-Kerze, aber der Tagesschart sieht mir sogar fast eher danach aus, wie als kriegt der sogar einen kleinen Drall nach unten am Montag. Und das ist so, ja, deswegen genau hinschauen und dann handeln, was man sieht wirklich, ne? Also deswegen sagte ich vorhin, es gibt nicht die eine oder nur die andere Variante, sondern wichtig ist, früh gucken, auf was springt er an, auf was hat er Lust und dann versuchen halt einfach mitzugehen. Na, das glaube ich ist der wesentlich bessere Weg. Okay, gut. Dann haben wir eigentlich über alles Wichtige gesprochen. Gibt es noch was zu beachten? Verfall ist nicht, nö. Doch, es ist eine Verfallswoche. Da kam der Gedankenblitz dann doch ganz richtig. Es ist eine kleine Verfallswoche, die wir wieder bekommen, weil der 1. Oktober war ein Freitag und am 3. Freitag jeden Monat ist Verfall. Also es ist eine kleine Verfallswoche. Die Oktoberverfallstermine sind nicht ganz so wichtig, bringen aber ein Verfall bringt halt immer mal ein bisschen Überraschungskerzen, ein paar Tage, die halt auch einfach ein bisschen rumspringen mit sich. Sollte man im Hinterkopf behalten, ich mache das immer für mich für die Risikoallokation, dass ich einfach in Verfallswochen grundsätzlich ein bisschen weniger Einsatz fahre, weil man dann doch die ein oder andere komische Kerze manchmal kriegt zu Terminen. Das kommt immer auf Nachrichten, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind oder gar nicht so relevant, die dann absichtlich überpaced werden am Markt, weil man versuchen will, den Leuten zu sagen, die Nachrichten sind ja doch schlecht oder gut und so weiter. Umso eben den Markt in die Richtung zu drücken, wo man ihn zum Verfall haben will halt. Da werden so gerne mal so Nachrichten dann auch vergewaltigt. Ja, Punkt. Also kann man ganz kurz zusammenfassend sagen, 15.070 ist die wichtigste Marke am Montag eigentlich auf der Unterseite. Da liegt die 200-Tag-Linie, da ist er auf einer Gap. Das heißt, die Zone zwischen 15.115 und 15.070 ist die wichtigste Zone am Montag auf der Unterseite und oben wird er ein Überbieten von 15.275, auch auf höheren Zeiteinheiten, eher ein Erreichen von 15.350, 15.435, 15.460 bis 15.550, 15.575 sogar aktivieren. Das als ganz kurze Zusammenfassung und damit würde ich sagen, guckt ein bisschen euch den an. Man muss nicht 8.20 Uhr schon sein ganzes Feuer verpulvert haben am Montag. Guckt ihn euch ein bisschen an, lasst ihn kommen, seid die Überlegerinnen und lasst ihn in euer Messer laufen. Schön an der Seite stehen und dann abschlitzen, den Typ mehr vorbeikommt hier. Das ist effektiver, wie einfach ins Gemenge reinzuspringen. Okay, gut, dann mache ich hierzu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.